Hey, wo sollen wir für Frühstück gehen? Ich denke, wir sollen Hedlitz Kirche besuchen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Guten Tag, nehmen Sie einen Tisch. Danke, wir wollen viel essen. Ja, bring uns der Speisekarte doch, Tussi. Okay, sehen Sie bitte nicht so böse. Hier ist die Speisekarte. Danke. Ich möchte ein Knoblauchdurchfall und ein Durchfallbier. Ich möchte das auch, Tussi. Ich möchte ein Knoblauchdurchfall. 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 Mh, danke. Das ist so wunderbar. Danke. Es ist so gut. Jawohl. Das ist nicht gut. Ich will nicht dir Geld geben. Okay, wollen Sie zum Lager gehen? Nein, danke. Entschuldigung, mein Führer. Gut, geben Sie mir 9 Euro und eine Glasse Trinkgeld. Okay, mein Führer. Hier ist 50 Euro. Danke, der Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Der Düsseldorf war sehr gut. Hey, guys. This is Hitler. This is going to be included at the end of the video. Peace out. Peace out. I'm going to be the best freshman next year. Yo, baby girl, baby girl. Remember that. No. ffh